Guten Tag zusammen, ich bin Anja Klift und ich unterrichte Blockflöte sowie auch Querflöte und ich spiele jetzt etwas von euch, damit ihr hört wie diese Instrumente auch klingeln. Ich bin Anja Klift und ich unterrichte Blockflöte. Ich bin Anja Klift und ich unterrichte Blockflöte. Ich bin Anja Klift und ich unterrichte Blockflöte.